So Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten Infovideo. In diesem Infovideo soll es darum gehen, dass morgen mein erster Livestream an den Start geht, und zwar morgen, also Sonntag um 11 Uhr. Das wird wahrscheinlich jeden Sonntag sein, jetzt nicht denken, dass das wirklich jede Woche ist, aber ich werde wirklich versuchen, fast jeden Sonntag Livestream rauszuhauen, indem wir dann die Omsi-Map spielen. Also was das Omsi-Map spielen, wir werden eine Omsi-Map bauen, und du kannst live dabei sein. Im Chat kannst du schreiben, wie wir die Kreuzung zum Beispiel bauen sollen, oder wie die Map heißen soll, oder sonst irgendwas. Das ist mir egal, du kannst auf jeden Fall mitwirken, und zwar auf de.twitch.tv. Morgen um 11 Uhr geht's los, wahrscheinlich werde ich schon um 5 Uhr irgendwie, keine Ahnung, einen Trailer laufen lassen, ich weiß noch nicht, aber offiziell geht's morgen um 11 Uhr los. Das wollte ich nur kurz gesagt haben, ich würde mich freuen, wenn du morgen zuschaust. Ja, ich bedanke mich, dass du gerade dieses Video hier guckst, ja, ich würde sagen, einfach mal bis morgen.